Herzlich Willkommen in Folge 9 von Max Payne 3 und wir wollen jetzt gucken, was hinter diesem Tor ist. Ach, das Ende, ja super. Es sollte ein bisschen quieter in hier sein. Ja, es ist schön. Ja, ich kann sehen, warum du hier nicht verlassen würdest, Max. Es ist echt charmant. Haha, es ist nicht? Also, ich habe ein paar Freunde in Queens, wir können da ein paar Tage bleiben. Queens? Kapitel 5 Warum sagst du mir, dass sie die CS genannt wurden? Sie sind. Ich meine, Fabianna, sie wurde von der CS genannt. Die Leute, die die kleine Partei in der Stadion, waren sie ein paar Militärer. Sie müssen mich verabschieden, dass sie nicht able zu folgen. Sie müssen sie nicht folgen. Die Regierung kann nicht folgen, aber es verabschiede, dass niemand zufrieden ist. Aber warum machen sie das? Sie müssen uns in der Stadion. Ja, jemand sagte, dass wir da waren, mit viel Geld zu sein. Insofern, das Geld ist weg. Ich hoffe, dass wir die Frau zurückkommen können. Ja, ich auch. Ich weiß, wo sie ist. Sie wissen, dass sie eine Karböse über eine halbe Kilometer entfernt sind? Sie muss da sein. Das ist die Stadt der Comando-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra. Das ist das, was wir uns sagen. Das ist alles unsere Teil. Ich bin wirklich. A 안 der Sombra-Sombra-Sombra, bin ich mit五 Stück. Ich bin mir nie der... Ich bin überrascht. Ich bin eine falsch-Klose. Max, wir arbeiten mit Händler-Sombra. Wir sind alle Ex-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Comfra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra-Sombra. Ich würde die Magik-Würden beabsolven, von deinen Schäden. Wenn nur die Scheine so einfach wäre, hätte ich es seit Jahren gemacht. Ich bin so lange in der Vergangenheit, ich hätte vergessen, welches Jahr es war. Max, du hast dich geblieben. Das ist es. Es ist da. Uncut die Engel. Glide in. Keine Ahnung. Hmm. Jetzt muss ich bestimmt wieder. Ja. Ja. Muss ich schleichen? Also es heißt schleichen, aber... Na? Ich habe im Übrigen vorhin mal nachgeguckt zwischen den Folgen. Max Payne hat... Äh... Scheiße, schon wieder vergessen. 14 oder 15 Kapitel. Ich meine 15. Wir sind jetzt im Fünften. Könnt euch also ausrechnen, wie lange das noch dauern tut. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich gerne den Mod von... Oder die Erweiterung von... Äh... Hä? Von... Ähm... Mafia 2 spielen würde. Also... Joes Adventure. Ich denke mal ein paar Leute, die... Äh... Max... Ne... Mafia 2 gucken. Oder geguckt haben. Wenn auch hier zu gucken. Hoffe ich jedenfalls. Muss ich da lang? Ah. 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 Also ich muss da sagen, ich finde der Max hat eine... Unfassbar krasse Sprache. Also so eine professionelle Sprache nenne ich es mal. Ähm... Die versteht man manchmal. Also ich verstehe es mit meinen Englischkenntnissen nicht. Ich muss meistens den Untertitel lesen. Oder höre einfach nicht mehr zu. Weil das halt so komische Begriffe sind, die kein Schwein benutzt normalerweise. Ist das bei euch auch so? Versteht ihr ihn? Oder müsst ihr auch den Untertitel lesen? Ähm... Wäre ja mal interessant zu hören. Ob ich jetzt einfach nur dumm bin. Oder... Ob das wirklich relativ schwer ist. Oh, wie dramatisch. Ich hatte keine Idee, was vorliegt. Und so viel als ein Teil von mir würde ich lieber irgendwo... Huch! Man ist jetzt schon wieder das Menü einfach aufgegangen ohne mein Zutun. Das hatten wir am Anfang auch kurz irgendwann. Dass einfach das Hauptmenü aufgegangen ist. Boah, ist das... Ich hab so ein Bedürfnis irgendwie. Ah, es geht nicht schade. Hab ich Schalldämpfer drauf, ne? Ja, tatsächlich. Krasse Scheiße. So. Ich weiß auch überhaupt nicht, was wir jetzt hier genau, äh... Oder wo wir genau hin müssen. Sagen wir's mal so. Und so. Und so. Timbuk 2. Timbuk 2. Möchte. Dann sollte ich natürlich... Obwohl es sind ja jetzt nur noch zwei, ne? Sei nicht so laut, sei nicht so laut. Ja, das war's dann, glaub ich. Wo ist der Clown? Ich glaube, das hab ich vermasselt. Hab ich so ganz leise gefühlt gerade. Im Urin hab ich das. Das ist der ultime Suspere. Mhm. So, immer erst hier schön umgucken, dass ich keine... Waffe verpasse. Boah, hell. Ich verstehe. Ich bin einig, Mann. Ich habe es genug gesehen, dass Fabiana zumindest in Ordnung ist, wenn nicht genau so gut. Sieh, ihr knitters, was erinnern haben, sie ziemlich die Kindheit und Zettbe. Ich musste in die Wohnung schnell finden. Ich habe das Begras, schnell zu finden. Oh, mein Mann! Das ist ja, Mann! Beide ich mir meinen. Du wirst du wirst! Ich werde dich mit dir! Du wirst du wirst, Mann! Was denn? Ich hab... So krass, man hört gar nicht, dass der schießt. Wo geht's hin? Schreibt's in die Kommentare. Ah, habt ihr gedacht, ins Auge, ne? Nee, 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 Kiefer. Ähm, 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 äh, äh, ich möchte gerne aufstehen, das geht so, über diese Kaste. Was ist voll cool mit dem Schalldämpfer, irgendwie? Das hört sich an wie so eine Paint-Poil-Pistole. Auch hier gehen wir in den Rücken rein, äh, durch, meine ich. Ich wollte nicht denken, was würde passieren, auf diesem Video-Feed-Nab. Sie haben wahrscheinlich ihre Ransom-Noten aus den gleichen glössigen Magazinen gemacht, um ihre Vizepräsidenten zu wählen. Das war eine zweite Request für Payment. Die besten Intentionen im Stadium waren nicht genug, um es zu beantworten. Hm, na, ist richtig, wusste ich. Habe ich gerade einen Pankeller aufgesammelt, oder was war das? So. Das klappt ja eigentlich, muss ich sagen, ich bin so ein bisschen stolz auf mich, weil das klappt eigentlich gar nicht mal so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ich dachte ehrlich gesagt, es würde mit mir schlechter laufen. Das Raum, die ich gesehen habe, war irgendwo drüben. Aber... Ich möchte lieber meinen Schall, den Fadu. So, man muss nur eine Tasche anladen. Ich musste weitergehen. Ich hoffe, dass ich Fabiana schneller finden würde, als später. Wenn überhaupt. Das hat geklappt. Habe ich gerade... Ne, ich wollte schon sagen, ich dachte jetzt, ich hätte die Waffe irgendwie ausgetauscht. Das ist ja gar kein Bullet Time, was ich anhabe. Ich muss noch mal kurz Y drücken, so. Aber das war jetzt doof. Jetzt habe ich... Hat der, hat der schon angenommen. Dabei wollte ich das doch noch gar nicht. Und hier ist natürlich ziemlich fies. Fies. Taxi System. Shit, das sieht doch wieder schlecht aus für mich. Ich kann meine Taschenlampe auch nicht ausmachen. Glaube ich. T und mit F passiert gar nichts. Oh Gott, direkt in die Höhle des Löwen. Ich laufe weiter, du Honk. Oh Gott, da ist ja noch einer. Das war jetzt gut, Stefan. Auf Schulterklop. Na. Na. Oh, 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 oh. 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 Ja, so ist das. Ne, da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie der da hinten ratzt. Und schack, bist du tot. Schade. Schade, schade. So. Kann man hier irgendwie, guck mal, da kann man auch bestimmt, wenn das hier schon so unauffällig da ist. Wow. Ja, womit habe ich auch gerechnet, ne? Ach ja, der Mix. Der ist nicht so agil, ne? Wie man vielleicht glauben tut. Oder hofft. Boah, du Genie. Ja, ich hätte... Oh, da ist ja eine Painkiller. Fernsehen. Komm, wir gucken noch mal Fernsehen hier. Wir haben ja Zeit. Wadah, Mann, wenn er da painkert. Na verdade, vem a dor. É dor de cabeça, dor de estômago, dor na virilha, dor na juntas, dor de ressaca. É por isso que existe Interfectum. Interfectum é o analgésico forte para a dor forte. This is IMC. We have reports of more violence erupting in Panama, where citizens are still reeling from this attack two months ago. Colombian Palo-Military Group United Souls of the People, or AUP, have been waging a campaign of violence and terror in the area around Bastidas, despite government attempts to stabilize the region. Oh je. Die Welt geht zugrunde. Here we go again. So, oh, Kamera. Kamera. Ich benötigte aber doch nochmal einen Painkiller. Glaub ich. So, diese Treppe muss ich garantiert hoch, aber ich möchte diese Fass von Teilen hier noch. Eins von, ja, wir fangen wieder von vorne ein, haben garantiert auch noch sieben übersehen. Bereits, wartet mal kurz. Ne, das war falsch. Ja, weiß ich nicht, ne? Da, eins von drei, eins von drei, naja, gut. Ich weiß es nicht, wo die hier immer, was war das denn jetzt für ein Fehler? Ähm, wo die hier immer versteckt sind, weil ich glaube, bis jetzt haben wir nur eine. Wir haben erst eine Waffe gefunden, so komplett hingekriegt, aber, ich glaube, die hat uns auch nichts gebracht. 3,4 Meter. 4,5 Meter. Duisst. 5,5 Meter. Hbleie! 10,5 Meter! Niemand kann dich hören, du Scheiße! Super, Dieses kugelte! Wie gut cette Fass, ich habe die. Da war ich mit mir! Das skommessthola in mir wollte ich ein Spiel. Schwer! Vi! Aber ich hatte nur noch genug Sinn, dass ich eine andere totes Mädchen in meinen Arten endete, wenn ich es so hätte. Ich kann fliegen, mit zwei Fliegen. Einbauen, ey. Das wäre so clever, wenn die das machen würden. Aber, ne? Die Firmen. So. Einer ist noch da. Den habe ich noch. Wo ist der denn? Wo ist mein Maus? Hallo? 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 Ah. Noch einer. Ach, komm. Komm. Ach, ja. So. Zack. Und bam. Und zack. Und da noch einen. Und hier. Und dann haben wir den geteilt. So. Guck mal, wenn hier so was ist, ne? Dann führt das ins Leere. Auch gut. Was ist das da oben? Nichts. Das sah aus wie so ein Radio. Gut. Da hätte ich noch was explodieren lassen können. Habe ich aber nicht getan. Gucken wir hier. War das doch, war das eine Waffe oder ein Hinweis? Waffe. Waffe will ich nicht. Gut. Dann würde ich sagen, beende ich mal den Part eine Minute früher. Ähm. Und was nämlich dann da hinten gleich so abgeht, das sehen wir also morgen. Ja. Danke, Max, für diesen durchaus hilfreichen Hinweis. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!